hallo freunde herzlich willkommen in live heute die superstar ja heute mal jene der immer spart hat und immer aufs jugend tut mir leid aber ich muss auch mal mit mir sonst die prozent schaffe weil letzte woche thema zu yoga und ja und das lager heute ich hab das von so yoga die ist jetzt nicht sauer auf mir machen was ist das kiffkugel weil er Dose macht wie du ja das finde ich hofft nicht richtig und finde ich hofft nicht alle solche partner von und jetzt sag ich so zwei Minuten später mache ich wohl anders einsatz diesmal habe ich jetzt mal zwei erzählen dann habe ich zu yoga gefragt was los ist ich bin sauer und wie sauer ich dieses wort früh in sanfa so yoga beruhig dich mal mensch beruhig dich mal dein alter dein alter muss sonst hat für morgen wieder ein fall ja das kommt mir mal vor wenn ich wüte werde es stinkt so das kommt mir mal das hier leute ein wut bei das ist besser sorry ich versuche zu yoga du musst endlich mal ein dreifel entfalten und du auch jetzt seid kollege und nao und mir auch jetzt auch jetzt auch so zweites leute hast du ihr lesbigen für pokémon guck mal an wer läuft jetzt ich sage zu yoga du bist ein netter kerl und 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 du auch seid ihr euch beide mal friedlich bin ich für und bitte einfach bappelblas mal weil steht sein danke ich finde euch beide sollen mal wochenne mal in einer rede live mal meinen leute mal rein mir klar steht hier so das war story we are kids that so die auge haben wir